Ja gut, hat mega Spaß gemacht heute auf der Platte. Wir hatten eine riesen Vorfreude nach dem Saisonstart auf das Spiel und ich glaube, das hat man auch gesehen und wir wussten, da ist auch gegen Flensburg was möglich und genau so sind wir auch aufgetreten von Anfang an. Ja, es sind zwei starke Mannschaften aufeinander getroffen und es war sehr, sehr intensiv. Ich habe dem Coach gerade gesagt, morgen kann ich mich nicht so viel bewegen im Training und ja, es war natürlich am Ende mit einem Tor zu gewinnen. Ich glaube, wir hatten sogar hier und da die Möglichkeit, vielleicht kurz vor Schluss sogar noch mal ein bisschen weiter wegzuziehen, aber so war es natürlich bis zum letzten Angriff auf Messers Schneider, der Sieg. War toll, war super. Ich glaube, bei uns hat es riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuschauern auch und ja, die können ja noch ein bisschen Mundpropaganda machen und noch ein paar mehr Leute mit herholen zum nächsten Mal. Ja, es ist schon eine gewisse Kaltschnurzigkeit, glaube ich, zum Schluss. Ich habe von der Endphase gar nicht so viel mitbekommen, aber ich glaube, Albi macht es zum Beispiel überragend, gewinnt da unfassbar viele Eins- gegen Eins-Duelle und macht ein richtig geiles Spiel und dann haben wir Joel heute auch einen X-Faktor im Tor, der entscheidende Bälle wegnimmt und dann gerade den letzten und freue ich mich besonders für ihn. Ich habe in der ersten Halbzeit einen Pferdekuss bekommen, es tat dann eigentlich die ganze Zeit weh, aber es ging und auf einmal in der zweiten Halbzeit hat der Muskel so ein bisschen zugemacht und ja, aber wird schon gehen. Ja, Wahnsinn, also ich glaube, das war die zweitgrößte Kulisse, die ich jetzt hier erlebt habe nach dem, nach Andis Abschiedsspiel gegen Kiel und es war schon richtig cool. Vielen Dank. Vielen Dank.